Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Zum Titel kommen wir am Schluss des Videos, weil sich einige darüber beschwert haben, dass ich jedes Mal am Anfang des Videos ungefähr irgendwie ein Dribbel erstmal damit verschwende, über irgendwelche Channel-Updates oder so zu reden. Kann ich auch verstehen. Ich will nur ganz kurz sagen, ich habe einen neuen Kanal für Musiksachen. Den könnt ihr gerne abonnieren. Das ist der erste Kanal in der Beschreibung, bzw. der erste Link in der Beschreibung. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Und zwar habe ich in den letzten Monaten nicht viel gemacht. Ja, wie gesagt, dazu später mehr. Aber die beiden Sachen, die ich gemacht habe, auch wenn das schon ein bisschen länger her ist, möchte ich euch trotzdem mal, einfach noch kurz zeigen und zum Download geben, weil ich es einfach schade fände, wenn die jetzt einmal irgendwie auf meiner Festplatte versauern. Ja, dann fangen wir an. Das erste ist eine Sache, die habe ich mir selber gemacht, weil ich das gebraucht habe. Aber ich finde es auch eigentlich ganz praktisch generell. Deswegen könnt ihr es ja auch mal benutzen, falls ihr auch sowas braucht. Und zwar bekommt man easy einfach den Kopf von einem anderen Spieler, wenn man ein Buch in die Hand nimmt. Also ein Buch und Quill in die erste, auf die erste Seite hat F.O.F. schreibt und auf die zweite dann den Namen vom Spieler, zum Beispiel meinen Namen jetzt mal. Dann bekommt man meinen Kopf oder nehmen wir mal den Kopf von Linus zum Beispiel oder nehmen wir den Kopf von, nehmen wir mal Webchamp. Ja, ist keine große Sache, denke ich, aber ist halt, denke ich mal, relativ praktisch, wenn man nicht jedes Mal irgendwie GIF at S, wie war das nochmal, Player Head, ich glaube, Skull Owner. Ja, wenn man das nicht jedes Mal machen muss, sondern einfach hier kurz ein Buch in die Hand nehmen kann und da hat sich das gegessen. Genau, so, das zweite, ich weiß jetzt nicht inwiefern und wie viel ich in dem Video cutten werde, aber meine Welten habt ihr jetzt alle gesehen. Warum auch immer das wichtig sein sollte, ist eine Survival Games Map, ist ganz easy. Und scheinbar auch nicht lagfrei. Die habe ich schon im Dezember noch letztes Jahr gemacht. Frohes neues Jahr übrigens an alle, die das bis hierhin geschaut haben, ich habe im neuen Jahr noch gar kein Video gemacht, fällt mir jetzt gerade ein, könnte man ja mal sagen. Ja, es ist eine ganz normale Survival Games, man hat hier ein paar Küsten mit Loot Tables, die dann, wenn jede Runde neu startet. Gefüllt werden, man kann mit den vier Triggers hier verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Triggers Spectator, dann komme ich hier aus dem Spectator Modus wieder raus, kann man seine Stats sehen. Die Map habe ich auch auf einen Server geladen, ich schaue mal ganz kurz, ob ich jetzt noch schnell finde, wie genau das ging. Öh, das ist aber neu, oder? Was ein Bullshit. So, genau. Und zwar, wenn man drauf will, geht man einfach auf minehard.com auf den Server. Also, wenn man das mit mehreren spielen will und jetzt nicht selber einen Server aufmachen will, dann gibt man einen Join SG Vanilla, glaube ich. Und dann wartet man einfach kurz. Indessen, wenn man wartet, falls man noch mehr Mitspieler will, kann man auch im Chat, wie der Typ hier gerade Werbung machen. So, dann wird man auf den Server gesendet und man kann jetzt hier, das können sozusagen mehrere machen oder wenn einer auf dem Server ist, dann gibt man einfach ein VanillasG.meinhard.com. Und jetzt können wir hier eine Runde SG spielen. So. Können wir hier verschiedene Items... Oh. Oh, noch eine Sache, die ich fixen müsste. Werd ich aber wahrscheinlich nicht machen. Aber, ja, okay. Da wirst du jetzt halt ein Bug. Der Loot-Table ist übrigens auch nicht von mir für die Küsten. Steht hier aber, glaube ich... Ja, hier steht's auch. All right. So, dann habe ich die Runde gewonnen. Ähm, ja, das war's im Prinzip schon mit den zwei Maps. Äh, beziehungsweise mit den zwei Sachen, die es zu downloaden gibt. Hier, das wäre dann die IP, falls... äh, sobald es einer gestattet hat. Aber, falls ihr... äh, auch selber eine LAN-Welt oder einen Server damit machen wollt, äh, gibt's auch die Map nochmal in der Beschreibung. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Titel. Und zwar steht dort Pause. Ähm... Das heißt, ich höre nicht auf mit YouTube. Oder mit den Videos und mit Minecraft. Es wird sich gar nicht viel ändern. Ich denke mal, der Upload-Rhythmus wird so bleiben, wie er jetzt ist. So alle drei Monate ein Video. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber... Ähm... Wir haben... Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es liegt halt daran, dass ich momentan, äh, viel an Wochenenden zu tun habe. Unter der Woche habe ich sowieso gar keine Zeit. Ich komme teilweise erst um sieben oder so nach Hause. Da fange ich dann nicht an, hier noch irgendwie Minecraft zu spielen oder so. Ähm... Ja, und in den Wochenenden, wenn ich mal frei habe, ähm... Ihr kennt das ja, geht man halt öfters mal zu Freunden oder mit Freunden irgendwie raus oder so. Oder ich muss halt Schule machen. Demnächst muss ich dann auch mal anfangen, für die Prüfung zu lernen. Oder man liegt halt auch einfach mal im Bett und ruht sich mal aus. Ähm... Ich zumindestens, weil... Ja, ich brauch das dann halt auch einfach mal, weil es ist momentan echt ziemlich stressig bei mir. Und so kommt das halt, dass keine Videos kommen können. Wie gesagt, so einmal alle drei Monate wird noch eins kommen. Aber ja, und genau, da wollte ich jetzt die Überleitung finden. Wenn ich mal Zeit habe, ist es momentan so, dass Gaming mich, ähm, gar nicht so sehr mehr interessiert. Sondern, ähm, ich mich mehr der Musik zugewendet habe. Also, war ich auch schon vorher, aber jetzt auch, äh, so sehr freizeitmäßig. Und dafür habe ich einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht, wo ich Beats hochladen werde. Es gibt auch einen Spotify-Account, einen Deezer-Account. Auf Google findet man die Musik, glaube ich, auch. Und auf Apple Music. Oder die Beats halt. Ähm... Könnt ihr gerne vorbeischauen, würde mich freuen. Und... Ich denke mal, das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns wann auch immer oder drüben auf dem anderen Kanal. Und bis dahin. Ciao. Ach ja, mir fällt gerade auf. Ich hab seit einem halben Jahr ein neues Mikrofon, aber gerade nehme ich das erste Mal ein Video damit auf. Ist genial, oder?